Ich habe mich von der Zahl meiner Follower und Likes abhängig gemacht. Ich habe stundenlang auf mein Handy gestarrt, um zu sehen, wie andere über mich denken. Was hat dich dazu gebracht, so viel Zeit auf Social Media zu verbringen? Es begann als eine Art Flucht aus der Realität. Ich habe ein hartes Jahr hinter mir und wollte einfach nur von allem wegkommen. Ich fühlte mich immer so schlecht und immer schlechter. Was hast du getan, um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen? Es war ein langer Weg, aber ich habe meine Social Media Apps von meinem Handy gelöscht. Ich habe mich dann aber nicht mehr so auf meine Social Media Interaktionen konzentriert, weil ich habe auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen und meine Gedanken und Gefühle zu sortieren und um herauszufinden... Um herauszufinden, warum ich eigentlich abhängig geworden bin von Social Media. Du hast erwähnt, dass du sowohl als Cybermobber als auch als Opfer von Mobbing auf Social Media erlebt hast. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, ich habe tatsächlich auch online Menschen gemobbt und ich schäme mich auch sehr dafür. Es war eine Form von Aggression und Frustration. Ich konnte mich nicht anders ausdrücken, aber ich habe auch Selbsterfahrungen mit Mobbing gemacht. Es gibt Menschen, die anonyme Accounts erstellen und dann gemeine Kommentare posten oder mich sogar persönlich attackieren. Das hat mich sehr verletzt und ich habe mich gefragt, warum Menschen so grausam sind. Wie hat sich dein Leben verändert, seit du deinen Social Media Konsum reduziert hast? Es hat sich sehr positiv verändert. Ich habe mehr Zeit für reale Beziehungen und Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ich fühle mich nicht mehr so abhängig von den Meinungen anderer und ich kann auf meine eigenen Werte und Ziele mich selbst konzentrieren. Ich habe auch gelernt, besser mit Stress und negativen Emotionen umzugehen und sie auf eine gesunde Art und Weise zu verarbeiten. Ich würde ihnen raten, sich selbst zu fragen, warum sie so viel Zeit auf Social Media verbringen und was sie davon haben. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass Social Media nicht die Realität widerspiegelt und dass es natürlich auch andere Wege gibt, sich zu vernetzen und zu unterhalten. Es ist auch wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und eine gesunde Beziehung zu Social Media und zu sich selbst zu entwickeln. Aber vor allem sollten sie sich nicht schämen, um Hilfe zu bitten und Unterstützung von Freunden und Familien zu suchen. Schauen Sie sich aus, Alter! Du mein H***! Seitdem ist das, Alter, ist das nicht der O*** oder der Gesicht?